Lukas Piszczek Freiburg habt ihr 4 zu 0 weggeputzt, obwohl es im Grunde nur noch um diesen Vereinsrekord ging, den ihr natürlich auch geholt habt. Habt ihr gespielt, als ging es um Leben und Tod. Woher nimmt diese Mannschaft, diese Leidenschaft für Fußball, diesen Spaß am Spiel? Ja, wir wussten, dass wir diesen Rekord können und wir sind gierig auf diesen Rekord. Deswegen haben wir am Anfang ein sehr gutes Spiel gemacht und bis zur Halbzeit vier Tore geschossen. Das war ein riesiger Fußball für uns. Hat man schon realisiert, dass man Geschichte geschrieben hat? Ja, das kommt erst später, ich glaube, weil heute ist die Meisterschaft und alles. Das ist ein bisschen anders als letztes Jahr. Aber ja, wir sind zufrieden, dass wir dieses Jahr wieder geschafft haben. So groß feiern darfst ihr heute gar nicht. Ihr müsst doch um 1 Uhr ins Bett, habe ich gehört. Ja, wir werden sehen, was kommt raus. Ich hoffe, dass wir, ja, wir haben noch große Ziele für uns im Pokalfinale und wir werden uns alles konzentriert lassen auf dieses Spiel. Ich freue mich mit unseren Mitternachter von zu den großen misseschen Punkten. Vorher wir es auch in den Ballen f daten!